Jeden Tag ein neues Video Klausurschema Buchführung für steuerlich Interessierte, also für Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte, Steuerberater. So und natürlich für dich als steuerlich interessierten Studenten, der du hier auch etwas über Buchführung lernen möchtest, weißt du Bescheid. Also ich habe in Video 1 an Tag 1 hier das Thema des handelsrechtlichen Ansatzes, des handelsrechtlichen Ausweises und der handelsrechtlichen Bewertung behandelt. Gefolgt von Schritt 1, nämlich was, dass man sich Gedanken macht, was hier überhaupt im Sachverhalt steht und worum es geht. Naja, und in Buchführung ist es dann aber so, dass wir natürlich das Handelsrecht vergleichen müssen mit dem Steuerrecht. Genauer gesagt, dass wir zuerst einmal uns Gedanken gemacht haben zum Handelsrecht, um dann zum Steuerrecht zu gelangen. Um dann zum Steuerrecht zu gelangen und zu schauen, okay, gibt es hier Unterschiede? Und die gibt es, die gibt es auch in deiner Klausur, auch in deiner mündlichen Prüfung, wird es dann Unterschiede geben. Beispielsweise hier bei dem Thema der Drohverlustrückstellungen. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften müssen handelsrechtlich passiviert werden, dürfen steuerrechtlich aber nicht passiviert werden. Das heißt, sie werden nicht antizipiert, sie werden nicht vorweggenommen, diese Aufwendungen steuerrechtlich. Mit dem Effekt, dass, weil sie handelsrechtlich sehr wohl vorweggenommen, antizipiert werden. Mit dem Effekt, dass wir dann später, in späteren Schritten, hier uns Gedanken machen müssen über latente Steuern. Ob es dann tatsächlich zu latenten Steuern kommt, ist dann noch eine weitere Frage. Hängt auch, hängt nicht nur auch, hängt an der Art der Differenzen zusammen. Dazu später mehr. Und wir werden uns Gedanken machen müssen über eine Überleitungsrechnung, § 60 Absatz 2 ESTDV. Also, da hängt einiges dran. Da hängt einiges dran hier an der Frage, ob es Unterschiede gibt zwischen dem Behandelsrecht und dem Steuerrecht. Und deshalb müssen wir das Steuerrecht hier natürlich explizit für sich behandeln. Und zwar im Ansatz, also ob etwas überhaupt dann reinkommen darf, muss, nicht darf. Die drei Aggregatzustände der Buchführung darf, nicht darf, muss. Du musst immer genau darauf achten, welches Hilfsverb du hier also setzt, ob du schreibst das und das muss in die Bilanz oder das und das darf nicht in die Bilanz oder das und das darf in die Bilanz. Das ist super wichtig. Das ist super entscheidend, dieser Unterschied, dass du die drei Aggregatzustände hier richtig wählst, sowohl im Steuerrecht als auch im Handelsrecht. Na gut, Ansatzbewertung. Wo ist der Ausweis? Wo ist der Ausweis? Den lasse ich hier weg, weil in den Klausuren doch es dann sowieso so ist, dass eine Steuerbilanz gar nicht erstellt wird. Wenn und weil eine Steuerbilanz gar nicht erstellt wird, weil man es ja gar nicht muss. Und wenn man es dann nicht tut, weil man es nicht muss, muss man halt entsprechend mit der steuerlichen Überleitungsrechnung § 60 Absatz 2 ESTDV dann um die Ecke kommen. Deshalb lasse ich hier den Ausweis einfach mal locker flockig weg. So, Ansatz. Also beispielsweise bei den Drohverlustrückstellungen gab es einen Unterschied und auch bei den selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die nicht endgeltlich erworben wurden. Handelsrechtliches Wahlrecht, steuerrechtliches Verbot aber, weil hier der endgeltliche Erwerb wichtig ist als Voraussetzung des steuerrechtlichen Ansatzes. Genauso nur anders Bewertung. Auch bei der Bewertung gibt es Unterschiede zwischen Handelsrecht und Steuerrecht. Und du hörst vielleicht raus und ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass ich selten sage zwischen HB und SteuB, zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz, sondern ich sage lieber zwischen Handelsrecht und Steuerrecht. Weil was ist, wenn gar keine Steuerbilanz erstellt wird, dann ständig über die Steuerbilanz zu reden, ist auch irgendwie albern. Deshalb sage ich lieber zwischen Handelsrecht und Steuerrecht. Und ja, ob Steuerrecht dann heißt inklusive hier der Erstellung der Steuerbilanz oder eben nicht. Also dann der steuerrechtlichen Überleitungsrechnung, das ist dann eine zweite, eine andere Frage. Also Bewertung, Bäm. Bewertung ist eine große Frage oder ist hier die Frage des Paragrafen 6. Der Paragraf 6 ESTG, uiuiuiuiui, der hat es aber wirklich mal in sich. Der ist voller Sachen hier fürs Anlagevermögen, fürs Umlaufvermögen, für Verbindlichkeiten, für Rückstellungen, insbesondere die Rückstellungen. Puh, wie die hier behandelt werden und was da alles für Details gelten und so. Also der Paragraf 6 ESTG, der hat es wirklich in sich. Insbesondere gibt es dann auch gewisse Wahlrechte fürs, wie war das, Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 1, Nummer 1 für das Anlagevermögen, für das Anlagevermögen und zwar für das abnutzbare Anlagevermögen. Denn das nicht abnutzbare Anlagevermögen als auch das Umlaufvermögen ist vielmehr in Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 2 dann beheimatet. Na gut, so und Satz 2 beinhaltet dann die Frage, also Satz 1 ist die Erstbewertung, nämlich AK oder HK hier, aber Satz 2, also Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 als auch Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 beinhaltet die Frage, was ist denn hier bei einer dauernden Wertminderung und da darf nämlich eine Teilwertabschreibung gebildet werden. So, was das heißt eine dauernde Wertminderung und wann eine Wertminderung dauernd ist, entscheidet nicht die Überlegung wie im Handelsrecht, was ist hier eigentlich zwischen Bilanzstichtag und Bilanzerstellungstag, die 2-3 Monate, sondern das BMF-Schreiben. Das BMF-Schreiben aus 2016, 2.9.2016, genau. Das BMF-Schreiben zu Teilwertabschreiben. Meiner Meinung nach das Wichtigste aller BMF-Schreiben. Unbedingt vorher ausdrucken und dir dahin kleben an die Wand, wo du es ständig siehst. Oder unter das Kopfkissen oder an den Schminkspiegel, was weiß ich, wo du dich lieber aufhältst. Und das ist das Wichtigste aller BMF-Schreiben. Das musst du vorher schon gelesen haben, weil es so durchtrieben ist an vielen Stellen, dass man es nicht erst in der Klausur kapiert, dieses BMF-Schreiben. So, und da ist dann halt die Frage, ist eine Wertminderung dauernd? Und was ich noch erzählen möchte, ich habe gesagt, Teilwertabschreibung. Im Steuerrecht redet man hier von Teilwertabschreibungen. Im Handelsrecht würde man das handelsrechtliche Pendant dazu die außerplanmäßige Abschreibung hier erwähnen. Das heißt, du darfst Teilwertabschreibung steuerrechtlich und außerplanmäßige Abschreibung handelsrechtlich nicht miteinander verwechseln. Wer das tut, der kriegt aber auf jeden Fall schon mal Punkte abgezogen. Du musst das handelsrechtliche Deutsch und das steuerrechtliche Deutsch hier streng voneinander unterscheiden. Weißt du Bescheid. Genauso die planmäßige Abschreibung. Die planmäßige Abschreibung handelsrechtlich ist steuerrechtlich dann die Absetzung für Abnutzung. Also extrem falsch handelt also der, der schreibt planmäßige AFA. Super falsch. Eine planmäßige AFA, was soll das sein? Planmäßige Abschreibung handelsrechtlich oder AFA steuerrechtlich? Aber nicht beides zusammenmixen. Das geht gar nicht. Und das also hier zum Handelsrecht versus Steuerrecht. Und ich würde sagen, weil das mal wieder so viel war und um dieses Video nicht zu überfrachten, werden wir morgen an Tag 3 dann uns um weitere Dinge kümmern. Hier und ob ich dann alle noch vier folgenden Schritte schaffe im nächsten Video Teil 3, wollen wir mal gucken. Es soll ja auch nicht zu lang werden. Und außerdem kannst du auf meiner Homepage dann jeweils hier sehen, was ich wann gemacht habe und entsprechend dir das dann reinziehen, auch in mehreren Videos zusammen. Das Ganze auch nochmal in meinen Online-Kursen. Joa, sonst noch was? Ich würde sagen, sonst nix. So sieht's aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen. So, ich würde sagen, sonst nix.